Fahrt über Oberhaus auf den Hauser Kaibling. Links über Schlossplatz, gerade direkter Weg. Abzweigung zur Auffahrt über das Ortszentrum von Oberhaus. Margaretenkirche in Oberhaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 10 Meter pro Formo Fahrverbot unter der Dauernseilbahn. Abfahrt zum Speicherteich Auf der Ainslingeim schräg links fahren. Unangenehme Steilabfahrt auf rutschigem Schotter. Abfahrt zum Speicherteich Abfahrt zum Speicherteich Vielen Dank. Der große Speicherteich, der schöne Verbindungsweg ins Gumpental, bei Erreichen der Forststraße Brenner links abfahren. Das kommt da. Das kommt da. Links spätere Abfahrt, rechts zur Standlalm. Wanderung am Mooralmweg. Hier gibt es viele kleine Wasserfälle. 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 Links Bärenfallspitze 2150 Meter. Rechts Hauser-Käbling 2015 Meter. Hier gibt es viele kleine Wasserfälle. Hier gibt es viele kleine Wasserfälle. Hier gibt es viele kleine Wasserfälle. Die Wasserfälle sind flavorless. Hier gibt es viele kleine Wasserfälle. Hier gibt es viele kleine Wasserfälle. Hier gibt es viele kleine Wasserfälle. Blick nach rechts, der Wasserfall von oben. Die obere Mooralm, links der Weg zum Mooralmsee, rechts der Sonnenfeld. Fahrt auf den Sonnenfelsen zum Sonnenbaden oder für eine Rast. Fahrt auf den Sonnenbaden oder für eine Rast. Auf der bewaldeten Kuppe liegt der Mooralmsee. Abfahrt zur Enz vom Raddepot bei der unteren Mooralm. Abfahrt zur Enz vom Raddepot bei der unteren Mooralmsee. Abfahrt zur Enz vom Raddepot bei der unteren Mooralmsee. Abfahrt zur Enz vom Raddepot bei der unteren Mooralmsee. Abfahrt zur Enz vom Raddepot bei der unteren Mooralmsee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. The Ends Per House